Moin Moin, liebe Freunde vom HSV und von Moin Volkspark. Es ist Zeit für einen Community Talk. Ein Community Talk zum Wochenende am Freitag. Und das Wochenende wird dann frei sein, blogfrei zumindest, denn ich habe Kinderdienst hier. Ich habe das große Vergnügen meiner drei Kinder bespaßen zu dürfen. Meine Frau hat sich ein Wochenende mal frei verdient. Das nutzt sie mit ein paar Freundinnen und deshalb wird die Zeit bei mir sehr stark eingeschränkt sein, mit allerdings sehr viel Spaß und sehr viel Liebe. Das wird auch mal schön für mich sein. Ich hoffe, ihr versteht es. Trotzdem wollen wir gleich loslegen, weil ihr habt alle Kanäle genutzt. Ihr habt über E-Mail, über Facebook, über Instagram, über wirklich alle Kanäle benutzt, um Fragen zu schicken. Und ich hoffe, ich habe jetzt hier einen guten Querschnitt durch all eure Fragen gefunden. Zumindest so, dass ihr dann am Ende euch besser informiert fühlt und dass ihr dann am Ende ein Stück weit zufrieden seid, übers Wochenende zumindest euch retten könnt, damit wir dann am Montag wieder voll loslegen. Bis dahin fang ich jetzt erst einmal an und lege los mit den ersten Fragen. Okram Kez fragt, wie siehst du die Rolle von Sonny Kittel? Ich finde, man muss ihn abgeben. War das gleiche mit Duzi? Damit meint er Jeremy Duziak. Ja, kann man so sagen. Also bei Sonny Kittel muss man rechnen. Macht es Sinn, ihn zu behalten und dann in 70% der Spiele oder vielleicht 60% der Spiele einen genialen Spielmacher zu haben, der mit einer unfassbaren Quote natürlich auch unterwegs ist. Also Sonny Kittel ist durchaus sehr effektiv auch für den HSV. Aber er ist halt schwer einplanbar und man braucht natürlich, wenn man aufsteigen will, in 100% der Spiele auch Leistung. Deshalb muss man gucken. Wenn man jemanden hat, der diese Rolle wirklich etwas hundertprozentiger ausfüllen kann wie Sonny Kittel, dann ist es natürlich logisch. Dann muss man Sonny Kittel abgeben oder man muss mit ihm sprechen und sagen, pass mal auf, du bist bei uns auf der Außenbahn geplant. Wir nehmen dafür im Zentrum einen anderen Spieler dazu, der etwas konstanter ist, der vielleicht nicht die Genialität von dir mitbringt, aber der zumindest konstanter ist. Ja, das wird die Frage sein. Und damit beschäftigt man sich vom HSV auch. Moin Scholle, wie viele Jahre kann man deiner Meinung nach in der zweiten Liga verharren, bis ein Aufstieg als... Ups, da ist irgendwie aber die Frage beendet. Ja, wie lange kann man in der zweiten Liga verharren? Eigentlich nicht zu lang. Also man ist schon zu lang eigentlich in der zweiten Liga. Man muss jetzt schon sehr, sehr viel Kräfte bündeln, um noch einmal sich zusammen zu raufen und sich jetzt am Ende wieder so aufzustellen, dass man ganz oben mitspielen kann. Es wird nicht leichter, es wird immer schwerer. Deswegen schnell aufsteigen. Oder möglichst schnell natürlich. Chris-GR fragt, wie ist deine Meinung zu Biblia? Biblia ist ein interessanter Spiel. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht genug Spiele von ihm gesehen und auch nicht lang genug die Spiele gesehen und ihn auch da nicht ausreichend beobachtet. Das ist eine Beobachtung, die hat der HSV gemacht. Er ist ein interessanter Spieler, ein junger Spieler, ein sehr, wie soll man sagen, ein Spieler mit viel Potenzial, nach vorn vor allem. Er hat Tempo, das ist für mich schon mal ganz wichtig, vor allem am Ball hat er Tempo. Das ist gut. Ich bin gespannt. Also ich sehe ihn als gute Verpflichtung, aber als perspektivische Verpflichtung. Wie war das mal mit Königsdorfer und siehst du ihn als potenziellen Stammspieler? Wenn Königsdorfer kommt, dann ist das schon ein Spieler, der als Stammspieler eingeplant werden sollte. Ansonsten sollte man keine eine Million Euro ausgeben. Zumindest nicht angesichts der aktuellen finanziellen Situation. Hat man viel Geld, kann man auch mal eine Million in ein Spielern investieren, der auf Perspektive geholt wird. Aber das hat der HSV nicht. Deswegen muss der HSV genau gucken, wo er sein Geld investiert. Und eine Million Euro, das muss dann am Ende schon ein Spieler sein, der dem HSV in der neuen Saison sofort hilft. Das heißt, holt man Königsdorfer für viel Geld, dann ist dieser Spieler mit Sicherheit nicht mehr nur noch als Talent hier eingeplant, das man langsam heranführt, sondern dann ist das schon ein Spieler, der sofort helfen soll. Monsieur Frenkie fragt, zögerliche Transfers und unglaublicherweise kein definiertes Budget. Warum? Und das alles zu diesem späten Zeitpunkt. Hannover macht das doch eindrucksvoll anders. War in den anderen Jahren aber auch mal andersrum. Hannover hatte auch mal richtig Probleme gehabt und hat seinen Kader nicht früh zusammengestellt bekommen. Der HSV hat ja eigentlich seinen Kader ganz gut zusammengestellt. Man gibt wenige Spieler ab. Insofern muss man auch nicht so viele holen. Aber natürlich hat man durch diesen ganzen Ärger intern, durch diese ganze Streitigkeit hat man natürlich jetzt viel, viel Zeit verloren. Notwendige Zeit, weil die Sommerpause dieses Jahr extrem kurz ist. Nicht nur, weil man Relegation hatte, noch über die Saison hinaus, im Gegensatz zu den anderen Zweitligisten, sondern auch, weil die Saison außergewöhnlich früh am 15. Juli schon wieder beginnt. Das heißt, das ist von heute etwas mehr als einen Monat. Das muss man sich mal vorstellen. Also die Saison beginnt schon wieder. Da sind wir eigentlich noch im Sommerurlaub, aber so ist es halt dieses Jahr. Deswegen muss der HSV sich hier schnell zusammenraufen. Ihr habt es geschrieben, der Aufsichtsrat muss jetzt für Klarheit sorgen. Der HSV muss Klarheit intern haben. Die Aufgabengebiete müssen klar definiert sein. Die Aufgabengebiete müssen klar zugeteilt sein, auch personell. Und dann muss der HSV hier auch seine Ziele klar formuliert natürlich weiter forcieren. Man hört, dass Michael Mutze trotz allen Ärger ist immer noch sehr gut arbeitet, immer noch sehr fleißig daran ist, den Kader zu planen. Wie das weitergeht, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich kenne Michael Mutze und weiß, dass er ein sehr loyaler Typ an sich ist. Aber er hat natürlich intern Loyalität eingebüßt und hat dadurch eine Menge Ärger mit Jonas Beuth produziert und auch beim Trainer wohl offensichtlich einen schwierigen Stand im Moment. Ja, alles nicht gut. Nicht gut für die Saisonplanung und trotzdem schafft man es ja, aktuell neue Spieler zu holen. Und ich hoffe, dass der HSV sich da irgendwie rüber rettet und den Streit nach hinten verschiebt und die Kaderplanung vorne an weiter mit 100% durchführt. Ja, wie gesagt, nicht ganz einfach. Welcher ist dein Favorite-Fangesang? Fragt Esser Kong. Boah, schwer zu sagen. Also ich bin schon sehr gerne im Volksparkstein, muss ich sagen. Das gefällt mir da sehr gut. Es ist immer schön laut. Die Fans sind kreativ, sie reagieren. Finde ich auch mit sehr viel Gefühl auf das, was auf dem Platz passiert. Wenn ich aber so meine gesamte Zeit zurückdenke, muss ich sagen, also in Glasgow, das war schon unfassbar, wenn man vor dem Spiel dann da You'll never walk alone hört. Und oder auch Liverpool ist natürlich einfach gigantisch. Das kann man natürlich auch schwer mit der Bundesliga vergleichen. In der Bundesliga hat man aber auch riesig Stimmung, ob es jetzt beim HSV in der zweiten Liga ist oder dann auch bei Vereinen wie Eintracht Frankfurt jetzt, wenn man die mal gesehen hat, wie die durch Europa gezogen sind. Das war schon sensationell. Oder Istanbul. Ich weiß noch genau, Istanbul hatte HSV ein ganz, ganz wichtiges Spiel mal gewonnen. Und da war die ganze Nacht, also die Fans, die sind voll durchgeknallt da. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Und es war wirklich, glaube ich zumindest bis heute, das lauteste Stadion, das ich jemals erlebt habe. Also ja, auch das war imponierend. Es gibt verschiedene Sachen. Es ist einfach schön. Ich mag diesen Dauersingsang beim FC St. Pauli überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Das kann ich nicht ab. Das geht mir ganz schwer auf die Nerven. Nicht nur beim zehnten Mal, sondern schon beim ersten Mal, wenn es über das ganze Spiel unverändert zum Spielverlauf eigentlich immer denselben Singsang gibt. Bah, das tut mir weh. Das mag ich nicht. Das hat nichts mit dem FC St. Pauli zu tun. Das liegt nur daran, dass ich da halt häufiger auch mal bin, weil es hier geografisch natürlich sehr nah ist. Aber das ist einfach, das ist mir zu anstrengend. Das kann ich nicht ab. Also ich mag kreative Fans. Das mag ich. Gibt es Märkte für die HSV-Spieler? Definitiv, fragt Finn Bongart. Auf jeden Fall gibt es einen Markt für HSV-Spieler. Zumindest für einen Spieler wie Joshua Markenmann zum Beispiel gibt es einen größeren Markt. Da gibt es einen internationalen Markt. Da gibt es einen nationalen Markt. Für Mario Wuschkewitsch gibt es auf jeden Fall einen internationalen Markt. Das hat man schon gehört aus Italien. Soll es immer wieder mal Mannschaften geben, die sich für ihn sehr interessieren. Er soll dort aber auch sehr aktiv von seinem Berater angeboten werden. Was mir wiederum nicht ganz so gefällt und was dem HSV in Sicherheit auch nicht so gut gefallen wird. Aber ja, es gibt Märkte. Aber die Märkte haben halt alle nicht so viel Geld, wie es noch vor fünf Jahren war. Da muss man natürlich Abstriche machen. Ralf.Lübbe fragt, glaubst du, dass Mutzel nach der Degradierung beim HSV bleibt? Was denkst du über den Zeitpunkt? Zeitpunkt extrem unglücklich, aber natürlich dann auch muss man ihn nach der Saison, muss man ihn eigentlich schon, oder man muss ihn auch nach der Saison legen. Dann muss man aber auch schneller sein, meiner Meinung nach. Wenn man vorher sowieso schon Zeit hatte, sich Gedanken zu machen, muss man da klare Entscheidungen treffen. So hin und her wie jetzt, das ist nicht gut. Ich hätte eine klare Entscheidung pro oder kontra Mutzel oder ein Gespräch vorher schon, dass man sagt, pass mal auf, wie wollen wir in der neuen Saison weitermachen? Kannst du dir vorstellen, dass du das und das und das machst? Weil das setzen wir von dir voraus. Wenn du das nicht kannst, sag uns Bescheid, dann müssen wir uns eine andere Lösung überlegen. Aber dann hätte man sich auch trennen müssen. Auch wenn es ein bisschen kostet, natürlich Abfindung, aber das ist dann in dem Fall einfach nicht anders zu machen. Man muss halt am Ende immer das große Ganze im Blick behalten und man gefährdet meiner Meinung nach mit so einem Streit einfach zu viel. Gerade wenn man die Basis für eine neue Saison legen will, darf man hier keine Unstimmigkeiten intern haben. Da darf man keine anderen Punkte als den Kader auf der Tagesordnung haben. Also da sollte man sich schon zusammenreißen und schnell sein. Wen würdet ihr verpflichten? Oder eher gesagt, wen seht ihr als Bereicherung für uns? Oh, da gibt es so viele Spieler. Ich würde ein Profil, ich würde einfach mal ein Profil abgeben. Ich würde gar keine Namen abgeben. Ich würde immer auf Tempo achten. Ich würde immer versuchen, dass Spieler schnell sind, die zum HSV kommen. Sie sollten immer Tempo mitbringen. Sie sollten Potenzial haben, sich noch weiter zu entwickeln. Das alleine natürlich schon aus dem Grund, weil man nicht so viel Geld hat, um sich fertige Spieler zu kaufen. Man sollte auf jeden Fall auf Spiele achten, die zuverlässig sind. Das heißt, die eine hohe Konstanz mitbringen. Jonas Meffert ist ein sehr, sehr gutes Beispiel davor. Sebastian Schonlau. Herausragend beide, wie die über die Saison durchgezogen haben und dem HSV Stabilität verliehen haben. Sowas ist wichtig. Darauf muss man achten. Und dazu dann halt vielleicht den einen oder anderen durchgeknallten, nehmen wir mal so einen Königsdörfer, der hat halt einfach noch ganz viel, ich nenne das immer so rau. Der ist noch ganz, ganz, ganz rau. Also da ist noch nichts definiert bei ihm. Das ist noch alles ganz grob. Der muss erst noch definiert werden. Aber der hat halt alles, um einen richtig guten Spieler draus zu formen. Und das gefällt mir auch. Solche Spieler sollte man holen. Gepaart natürlich mit den Konstanten. Dann hat man diesen Entwicklungsfaktor und man hat eine sehr gute Mannschaft für den Moment. Ja, das würde mir gefallen. Namen kann ich dazu gar nicht genau sagen. Wird Wuschkiewicz bleiben? Fragt Toni Hamburg 1887. Ja. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Er hat natürlich schon sehr auf sich aufmerksam machen können. Er hat jetzt wieder auf sich aufmerksam gemacht in der U21. Er wird für die A-Nationalelf demnächst nominiert werden. Dann wird er noch mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Also lange Zeit wird der HSV wahrscheinlich nicht mehr auf ihn zählen können. Zumindest nicht in der zweiten Liga. Und dafür ist es natürlich ganz gut, dass man den Vertrag verlängert hat und vielleicht dann am Ende sehr viel Geld für ihn bekommt. Er ist auf jeden Fall ein Spieler, der dem HSV extrem gut tut. Und ich hoffe, dass er die nächste Saison noch beim HSV spielt und dem HSV dann zum Aufstieg verhilft. Ob er darüber hinaus dann noch bleibt oder dann geht und der HSV dann auf der Position nachbessert, das weiß ich noch nicht. Aber ich hoffe, er bleibt auf jeden Fall diese Saison noch. Er selbst hat es ja gesagt, dass er sich das sehr gut vorstellen kann. Saisonfazit. Was fandet ihr gut? Was fandet ihr nicht so gut, die Saison? Das kommt im Laufe der nächsten Woche. Da werden wir nochmal ein Saisonfazit ziehen. Das kann ich jetzt schon versprechen. Wie würdest du mit Mikkel Kaufmann weitermachen, fragt Tim Kik. Tim nicht. Tim K.E.K. Ich würde ihn abgeben, ehrlich gesagt. Ich würde ihn nicht verlängern, weil ich einfach nicht glaube, dass er über eine ganze Saison die Hilfe ist, die man sich von ihm erwartet. Ich glaube, dass es diese Art Stürmer noch besser gibt. Und wenn der HSV seine Hausaufgaben gemacht hat, hat er hier auch schon einen Spieler mindestens, der Mikkel Kaufmann ersetzt. Und das nicht nur ersetzt, sondern vor allem das auf der Position den HSV auch besser macht. Erik BMER fragt, für wie wahrscheinlich hältst du es, dass Kittel oder kein Zombie den HSV verlassen? Hatten wir eben schon, halte ich für sehr wahrscheinlich, dass einer von den beiden geht. Ich glaube, dass beide im Moment mit einem Wechsel liebäugeln müssen oder vielleicht auch wollen. Insofern glaube ich schon, dass da sich noch was tun wird. Moin Scholle. Wie viel Budget hat der HSV für Transfers? Fragt Kurhan1887. Und dazu habe ich dann noch eine Frage genommen. Glaubst du, Kühne wird uns gut finanziell unterstützen? Von Gianni Lindenblatt. Beides hängt natürlich maßgeblich miteinander zusammen. Wenn Kühne viel Geld gibt, hat der HSV mehr Geld fürs Budget, um Spieler zu kaufen. Ich weiß, dass Jonas Bolt kein großer Freund davon ist, weil er weiß, dass hinter diesem Geld natürlich dann immer auch irgendwelche Bedingungen stehen oder auch Ansprüche natürlich dann am Ende offen und laut formuliert werden. Ich persönlich bin da so auf vier Fünftel des Weges, bin ich bei Jonas Bolt. Denn der HSV muss sich natürlich unabhängig von allen äußeren Einflüssen den Kader zusammenstellen können. Und wenn er das nicht schafft, ist das ein großes Problem. Ein Problem, das in den letzten Jahren immer wieder zu Unstimmigkeiten über die Saison hinweg geführt hat. Das sollte man vermeiden. Auf der anderen Seite hat man natürlich aktuell finanzielle Nöte und muss zusehen, dass man Gelder von außen bekommen. Also Klaus-Michael Kühne, er ist, wie soll man sagen, Fluch und Segen zugleich ganz oft und hier muss man genau abwägen. Aber das können am Ende nur die machen, die es wirklich zu verantworten haben, weil die wissen dann am Ende auch, welche Bedingungen an jeweilige Gelder von Klaus-Michael Kühne geknüpft sind. Wer wird fester Elfmeterschütze? Ich wünsche Wuskiewicz nehmen. Achso, ich würde Wuskiewicz nehmen oder ich wünsche, Wuskiewicz würde es machen. Fragt Enkel Lars. Enkel Lars, ich bin bei dir. Wuskiewicz ist ein richtig guter Elfmeterschütze. Trotz allem würde ich, glaube ich, bei einem Stürmer bleiben, wenn ein Stürmer auch dabei ist, der ein guter Elfmeterschütze ist. Robert Glatzel ist es eigentlich, solange er diesen Eingehüpften da nicht weiter forciert. Sonny Kittel ist auch ein sehr guter Elfmeterschütze. Ich würde meistens dann auf Offensivspieler setzen, weil die Offensivspieler ja durchaus auch an Toren gemessen werden. Und ihr habt es selber schon mitbekommen. Auch Simon Terodde hat die Elfmeter geschossen bei Schalke. Also wenn sie natürlich alleine durch diese Elfmeter ihre Anzahl an Tore schon erhöhen, steigert das auch nochmal ihr Selbstvertrauen. Ein erhöhtes Selbstvertrauen führt wiederum zu besseren Spielen und zu mehr Toren. Also man unterstützt ja dann auch im Endeffekt den Stürmer, den Offensivspieler. Und diesen Erfolg, diesen Torerfolg, den braucht ein Abwehrspieler wie Mario Wuskiewicz nicht zwingend, um seine volle Leistung abrufen zu können oder um volles Selbstvertrauen zu haben. Insofern, trotz allem, Wuskiewicz halte ich für ein extrem guten Elfmeterschützen. Sonny Kittel ebenso und Robert Glatzel genauso, wenn er dann diesen Eingehüpften weglassen würde, dann würde das mit Sicherheit auch sehr gut ausgehen können. Er kann es auf jeden Fall. Das habe ich schon live miterleben dürfen. Moin Scholle, was sagst du zu der Ottensen, Pauli und Red Bull oder Rasenballsport Leipzig Geschichte? Gar nichts. Ist mir echt ehrlich gesagt scheißegal. Tut mir leid, dass ich so deutlich sage, aber sollen die doch spielen, wo sie wollen. Interessiert mich wirklich nicht. Die Bohne. Daniel, 1887 Hamburg fragt. Wie sollte man aus deiner Sicht die verlängerte Winterpause angehen? Freundschaftsspiele? Das ist eine spannende Frage, weil die Winterpause wird natürlich durch die WM deutlich länger und ich halte es für wichtig, dass man in der Zeit trotz allem natürlich Spiele hat. Hängt immer davon ab, wie viele Spieler bei der WM sind. Da hat man natürlich in der Bundesliga deutlich mehr Vereine, die Probleme haben werden in der zweiten Liga. Der HSV wird da nicht allzu viele Probleme haben. Davon gehe ich einfach mal aus. Insofern muss der HSV da sich schon ein ausgeklügeltes Programm einfallen lassen. Daniel, 1887, ist eine sehr gute Frage, die ich dir aber so noch gar nicht abschließend beantworten kann, was der HSV macht. Aber Freundschaftsspiele sind auf jeden Fall ein Thema. Dann Daniel, 1887 Hamburg. Nochmal. Endet die Partnerschaft mit Ausdruck der Adidas und wird nicht verlängert. Ja, darauf läuft es hinaus, ehrlich gesagt. Adidas selbst ist, so habe ich das gehört, schon vor längerer Zeit, schon seit langer, langer Zeit dabei, kleinere Klubs auszugrenzen und zu sagen, sie gehen jetzt wirklich nur noch auf die ganz großen Player. Und da wird der HSV natürlich aktuell sowieso nicht zuzählen. Der HSV, so habe ich es verstanden, wird dann auch mit einem neuen Ausrüster weiterspielen müssen und hat sich dort wohl auch schon ein bisschen orientiert. Es geistern ja immer wieder mal neue Ausrüsternamen durch den Blätterwald. Und sie sind nicht alle aus der Luft gegriffen, sondern durchaus auch da interessant für den HSV für die kommenden Jahre. Würde ich auch nicht schlimm finden, wobei ich bin und bleibe ein Adidas-Freund. Tut mir leid. Kann nicht jeder sehen, wie er will, aber Fußball-Adidas, das passt für mich ehrlich irgendwie am besten zusammen. Philipp unterstrich T92 fragt, steht Summerville weiter oben auf der Einkaufsliste? Ja, tut er aber. Er hat auch einen Preis und der Preis ist relativ hoch. Den kann der HSV nicht mal eben so stemmen. Ich weiß, dass er beim HSV noch immer ein Thema ist. Ich weiß aber auch, dass er sehr viele andere Interessenten hat. Und da muss der HSV natürlich dann erst gucken, ob er wirtschaftlich in der Lage ist, das zu stemmen, was ein Summerville braucht. Und ist er das am Ende dann auch wert? Das muss man dann natürlich abwägen. Und deswegen glaube ich, wird Summerville nicht die erste Alternative sein. Aber einer der Spieler, die dem HSV auf jeden Fall vom Profil her genau das geben würden, was ich vorhin am Anfang hier auch eingangs schon erwähnt hatte. Tempo, einfach wirklich richtig viel Potenzial und vor allem natürlich dann auch eine hohe Zuverlässigkeit. Denn Summerville ist zumindest relativ verletzungsfrei geblieben. Und ich hoffe mal, dass das dann auch so bliebe, wenn er nach Hamburg kommt. Ja, soviel zum heutigen Community Talk. Ich hoffe, dass ich damit schon mal einen Großteil eurer Fragen beantworten konnte. Wir werden jetzt über das Wochenende, wie gesagt, zwei Tage aussetzen, sind dann am Montag wieder da für euch. Dann am Montag mit einem Thema, das vielleicht nicht ganz so, wie soll man sagen, nicht ganz so aktuell ist zumindest. Da habe ich einen sehr, sehr netten Gastbeitrag, den ich erwarte und von dem ich weiß, dass er mit Sicherheit auch wieder sehr gut wird. Wir werden dann im Laufe der nächsten Saison, nächsten Saison, im Laufe der nächsten Woche, bevor das Training wieder aufgenommen wird beim HSV. Am Freitag werden wir dann natürlich auch noch mal mit einigen Rückblicken kommen und noch mal ein bisschen bewerten, was da passiert ist. Vom Torwart bis zum Stürmer vorne mal die Spieler durchgehen. Und da könnt ihr ja schon mal reinschreiben, wen ihr so als euren Gewinner der Saison gesehen habt, warum ihr den gesehen habt, welcher Spieler euch am meisten enttäuscht hat vielleicht auch, von wem ihr euch mehr erwartet. Und bei uns wird es dann genauso ablaufen. Und da haben wir in der nächsten Woche eine Menge vor uns. Und dazu werden natürlich dann immer wieder auch neue Spieler gehandelt werden oder vielleicht sogar schon verpflichtet sein. Königsdorfer, wie gesagt, soll sich angeblich bis kommenden Donnerstag entscheiden wollen und soll den HSV weiterhin ganz oben auf dem Zettel haben. Ich tatsächlich glaube, dass Königsdorfer kommt. Ich halte ihn auch für einen Spieler, der sehr viel Potenzial bebringt. Aber eine Million Euro ist auch ein, muss man sagen, das ist schon ein ganz schöner Rucksack, den er dann automatisch von Anfang an auf hat. Aber gut, hoffen wir trotzdem, dass er beim HSV einsteigt, dass er dem HSV helfen kann, dass er kommt und dass der HSV vor allem seine Transferplanung in Ruhe und vor allem sehr gut durchdacht weiter fortsetzen kann. Ob das so der Fall ist, ist natürlich bei vielen hier, das habe ich gemerkt, auch bei den Fragen, die gestellt wurden hier. Es waren sehr viele Fragen, die sich Richtung Mutzel und Bolt und ob das alles gut gehen kann in der Form und so weiter. Da gibt es schon viele Leute bei euch, die Bedenken haben und die sind mit Sicherheit auch nicht ganz zu Unrecht. Aber auch da werden wir dranbleiben. Bis kommende Woche. Genießt das Wochenende, habt ein schönes Wochenende und vor allem bleibt gesund. Bis dann. Ciao.